Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es weiter im Construction Simulator zusammen mit Tino. Sein Kanal ist wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut dort gerne auch mal vorbei. Wir sind nach wie vor immer noch im Airfield DLC. Wir bauen also gerade unseren Flughafen. Die Landebahn haben wir ja schon abgeschlossen und innerhalb der letzten Folgen haben wir dann mit dem Hangar angefangen. Es zeigt sich, dass der Hangar ganz schön großer Bauabschnitt ist. Also wir brauchen eine ganze Weile dafür. In dieser Folge geht es unter anderem auch um unsere Schulzeit und es zeigt sich, wer von uns beiden vielleicht auch der bessere Schüler war. Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei dem Bausimulator mit der lieben Sophie zusammen. Hallo. Tag war das anmoderiert, Mensch. Toll. Ja, so toll. Hast du gar nicht gehört, du hast deinen Gehörschutz auf. Du kannst das gar nicht gehört haben. Ach so, nee, ich habe jetzt einfach instinktiv, ich kann Lippen lesen, habe jetzt einfach instinktiv Hallo gesagt. Ich kann auch Lippen lesen. Okay. Was? Was ist da dran jetzt schon wieder so? Gar nichts, nein, nichts. Ich habe das zur Kenntnis genommen. Ja, gut. So, ähm, perfekt. Ich habe Spotify gestartet, aber die Musik nicht. Äh, so. Was haben wir denn zu tun? Kies verdichten. Kies verdichten. Sophie, da du ja ein bisschen mobblich bist, willst du dich einfach mal über den Kies rollen? Hallo, das war nicht mobblich, das war speckig. Ach, speckig, ja. Speckig. Mobblich nicht. Speckig. Kannst du dich mal über den Kies rollen, bitte? Nehme ich die Erdbauwalze dafür? Äh, ja. Ja, ne? Ja. Gut, was haben wir denn als nächstes auf dem Plan hier? Äh, tü, 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 Material. Ach, weißt du was? Äh, mir hat auch ein Zuschauer geschrieben, wir hätten noch zwei Fragezeichen offen. Oh. Da werde ich mal ganz, da werde ich mal ganz schnell hindüsen. Okay. Äh, und werde ich mal holen, weil da ist nämlich noch ein Kieswerk, was dann direkt in unserer Nähe wäre. Ah ja, mach das. Genau, dann denke ich, die zwei Sachen mal aufwählen, du verdichtest. Ja, ich brauche erstmal eine Weile, bis ich angekommen bin. Äh, so, ansonsten, ja, ihr könnt uns natürlich immer gerne Kommentare unter das Video schreiben, also das könnt ihr generell machen. Ihr könnt uns aber auch Kommentare unter das Video schreiben mit netten, interessanten Talk-Themen. Äh, ja, ist ja so ein kleiner mittlerweile Bau-Podcast geworden hier. Mhm. Oder, ist das doch, also ich hatte ein paar Zuschauer, die haben mir in die Kommentare geschrieben, äh, sie gucken sich das Video gar nicht an. Ja, ja, hab ich auch gehabt. Das Spiel interessiert sie gar nicht. Das Spiel interessiert sie gar nicht, sie lassen einfach nur den Podcast laufen, sozusagen. Auch irgendwie witzig, finde ich. Ja, ich finde, also es ist ja auch irgendwo ein Kompliment, sag ich mal, ne? Guck mal, man guckt uns wegen uns und nicht wegen des Spiels. Das ist doch schön. Das ist ja, das ist ja das eigentliche Kompliment dabei, ne? Ja. Dass man, dass man sich null für das Spiel interessiert und einfach nur wegen uns schaut. Ja, ganz herzallerliebst. Geht runter wie Öl. Ja, also erzähl, wir, sie sollen uns immer Themen dalassen, über die wir sprechen können. Und was ist unser heutiges Thema? Genau, wir wollen mal heute in das Thema so ein bisschen, äh, unsere Schulzeit einsteigen. Wir haben zwar schon mal darüber geredet, dass, äh, was Verabschlüsse wir haben und so weiter und so fort. Aber ich denke mal so über die allgemeine Schulzeit haben wir noch nicht geredet. Mhm. Aber wir können Ihnen ja mal, Sophie, wir können ja mal einen richtigen Zeitsprung machen. Oh Gott. Kannst du dich noch an Kindergarten-Erlebnisse erinnern? Erlebnisse auf deiner Kindergartenzeit? Ja, doch, auf jeden Fall. Also grob, grob tatsächlich. Aber ich glaube, man hat das immer, also ich habe das zum Beispiel auch noch, ich habe noch so ein Horror-Erlebnis sozusagen im Kopf. Also ein paar Horror-Erlebnisse irgendwie. Ich muss ja dazu sagen, obwohl ich ja so alt bin. Ja. Äh, habe ich tatsächlich auch einige Erlebnisse aus meiner Kindergartenzeit noch. Ja, ich kann mich zum Beispiel mal daran erinnern, ich hatte eine Freundin im Kindergarten, die hatte extreme Probleme mit Nasenbluten. Also die hat, ganz oft hatte sie Nasenbluten. Oh, okay. Und, wahrscheinlich nicht, nee. Aber ich kann mich noch erinnern, dass die mal, die irgendwie, ist die mal aufgewacht, wenn wir halt, da macht man ja immer noch Mittagsschlaf im Kindergarten. Ja. Und die lag halt da und hatte richtig krass Nasenbluten und ich lag so daneben und ich weiß noch, irgendwie wollte ich dann auf die Erzieher aufmerksam machen sozusagen, dass sie halt Nasenbluten hat. Und die Erzieherin war so sauer, dass ich quasi nicht geschlafen habe. Und da hat sie mich, also ich meine, als Kind sozusagen, du nimmst es ja krasser wahr, es war bestimmt nicht so krass. Aber ich habe mir das so gemerkt, dass sie mich richtig genommen hat und so richtig krass in mein Bett geknallt hat, so nach dem Motto, du schläfst jetzt. Schlaf du gehörig. Oh, ja, obwohl ich eigentlich nur darauf hinweisen wollte, dass dann jemand Nasenbluten hat, so. Oh mein Gott. Sophie, das klingt grauenhaft, muss ich echt zugeben. Ja, das, ich sag dir ehrlich nicht, das wird, Safecall wird das nicht so schlimm gewesen sein. Aber in meinem Kopf ist das immer noch so abgespeichert. Man muss ja dazu sagen, Kindergartenzeit, ne? Ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Bei uns beginnt ja die Kindergrippe ab einem Jahr. Boah, ich weiß das gar nicht mehr genau. Also ich weiß nicht, wann ich in den Kindergarten gekommen bin. Mittlerweile ist es doch aber ziemlich offen, wann du dein Kind in den Kindergarten schicken willst, oder? Also, ja, bei uns ab einem Jahr möglich. Okay, aber du kannst ja auch später, ne? Du kannst auch ab zwei oder... Ja, okay. Je nachdem, wie lange du eben mit dem Kind zu Hause bleiben möchtest, ne? Mhm. Ja, äh, warte mal ganz kurz. Äh, da will ich hin. Ach du Gründe neuner, ein Umweg. Ähm, genau. Je nachdem, wie lange du zu Hause bleiben möchtest. Also bei uns war es so gewesen, äh, du hast ja, glaube ich, Elternzeit... Boah, 14 Monate? Echt? Ja, ja, ich glaube, es ist... Oh, warte mal, wie war denn das? Du hast zwölf Monate Elternzeit und acht Wochen Mutterschutz. Ja, irgendwie so. Ja, und das ergibt 14 Monate. Und du kannst ja aber die Elternzeit auch zusammen mit deinem Partner nehmen. Ja. Dann wird die Elternzeit, aber das geht ja auch immer so ein bisschen wegen, äh, der Lohnfortzahlung, ne? Diese 60 Prozent oder was das da sind. Ja. Oder 65. Und dann kannst du auch, das zum Beispiel, könntest du das auch mit Pascal zusammen machen, wenn es jetzt so wäre. Ja. Dann wird dir aber pro Monat, wo ihr zusammen zu Hause seid, zwei Monate angerechnet. Ah ja. Ja gut, macht ja auch irgendwo Sinn, ne? Genau, weil dir... Weil das Problem ist ja, wenn du länger wie ein Jahr zu Hause bleibst, hast du ja noch weniger Anspruch auf Lohnfortzahlung. Ja. Ja, stimmt. Als, ähm, genau in der freien Wirtschaft. Aber gleichzeitig ist es eher selten, dass man dann zu Hause bleibt, oder? Also ich kenne das mittlerweile von vielen, dass man sich das aufteilt, dass halt die Mutter ein paar Monate und dann der Vater... Aber gleichzeitig höre ich eher selten. Aber wahrscheinlich, weil es sich einfach kein Mensch leisten kann. Naja, wir, wir haben das so gemacht, äh, am Anfang haben wir das auch so. Meine Frau die ersten zwei Monate, äh, die zwölf Monate, ich die letzten zwei. Mhm. Und bei der zweiten Geschichte war ich den ersten Monat, äh, äh, nach der Geburt direkt mit zu Hause, weil ja auch schon ein Kind da war. Ja, das macht Sinn. Okay, um ihr da ein bisschen, sie zu entlasten sozusagen, mit dem, mit dem ersten Kind, den, den ersten Monat da. Mhm. Äh, genau. Ui, so, Stahlhandel und neues Kieswerk haben wir jetzt. Nice. Okay, ich sehe, du hast auch Kies verdichtet. Ja, hab ich. Okay, pass auf, ich im Kindergarten. Ja? Da gab es im Kindergarten, ich kann mich da auch noch dran erinnern, da gab es so ein fieses Kind. Und das war nicht ich, das möchte ich gleich mal betonen hier, ja? Ja. Das war nicht ich, dieses fiese Kind. Und dieses fiese Kind hat mich immer geärgert. Oh. Es hat mich immer geärgert. Egal, also, ich glaube, ich habe es halt auch so viel intensiver im, im, im Kopf, wie es überhaupt war. Mhm. Aber dieses, dieses Kind hat mich, ähm... Wo ist die Betonpumpe? Äh, Moment, ich sitze in der falschen Betonpumpe. Die ist irgendwo anders. Das ist unsere. Äh... Die blaue, ne? Ah ja, jetzt sitzt du drin. Da gehe ich in den Betonmischer. Genau, und, ähm, gefühlt, äh, kommt es ja immer, also, im Nachhinein zu einem vor, wenn man doch so selber Kind war, äh, kommt es einem immer so vor, wie, als wenn der, 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 derjenige, der dich geärgert hat, so zwei Meter groß war, achtmal so schwer war, wie du. Weißt du wie? Und, ähm, oh nein. Hast du dich zurückgesetzt? Oh, wow. Ich würde die Dinge ausklappen. Auf jeden Fall, äh, hat der mich immer geärgert. Der hat mir, wenn wir mit Karten gespielt haben, meine Karten weggenommen. Der hat, wenn ich den Turm gebaut habe, mein Tor, äh, mein Turm, ähm, äh, eingerissen, genau, und so weiter. Und irgendwann hat er mich immer so dolle geärgert, dass hat die Erzieherin, die haben das ja sowieso schon immer beobachtet, und da kam die Erzieherin an und hat den gepackt. Vielleicht auch alles nicht so, wie ich es jetzt gerade beschreibe, aber hat den gepackt und hat den auf die Seite gezogen, hat mich gepackt, hat mich auf die Seite gezogen und hat gesagt, so, du tust den jetzt, äh, ich weiß nicht mehr wohin, du tust den jetzt hier ein paar auf die Hände hauen oder so. Oha! Ja, ich sollte den da auf die Hände hauen. Ja, das waren auch andere Zeiten halt, als du im Kindergarten warst, ne? Ja, also sozusagen, weil er wieder irgendwie meinen Turm eingerissen hat oder mich geärgert hat oder whatever. Oh krass, ey, da wird die Gewalt nicht mal von den Erziehern durchgesetzt, sondern die Kinder werden ermutigt, die Gewalt durchzusetzen. Ja, ist echt so. Ja, und auf jeden Fall, ähm, hab ich gesagt, nee, das will ich nicht machen, weil ich wusste, was mir danach blüht. Ach so, du hattest vor der Rache Angst. Ja, ich hatte generell vor diesem Typen Angst, weil der auch einfach viel größer und stärker war, weißt du wie? Ja. Und, äh, es kann auch sein, im Kindergarten sind ja die Gruppen so bunt, bunt gewürfelt. Ja. Und es kann auch einfach sein, dass er schon ein oder zwei Jahre älter war, das weiß ich nicht mehr genau. Echt? War es bei euch mit dem Alter durchgewürfelt? Das war bei uns nicht so. Na, du hast ja nicht für jedes Alter eine eigene Gruppe gehabt. Doch, bei uns safe. Hä? Echt jetzt? Also, ich, also, ich, also, ich meine, ich wäre mir ehrlich, also, ich wäre mir eigentlich ziemlich sicher, ja. Ich glaube schon. Bei uns gibt's, glaube ich, also, bei uns gibt's die ganz Kleinen, äh, also, die noch krabbeln, dann, und dann noch zwei Gruppen, glaube ich. Ja gut, vielleicht ist das auch, also, ich meine, ich bin ja auch in Berlin in den Kindergarten gegangen, da gibt's halt auch einfach mehr Kinder, ne? Ja, das kann sein, ja. Vielleicht lag's einfach daran. Genau, und, ja, da hatte ich vor der Rache Angst. Naja, auf jeden Fall musste ich das dann trotzdem machen und musste den dann da hauen, auf den Arm oder auf die Finger oder was auch immer, ich weiß es nicht mehr. Und, ähm, ja, der hat mich dabei die ganze Zeit schon so wütend angeschaut mit rot glänzenden Augen. Oh Gott. Weil so rot leuchtenden Augen, und dann, äh, ist es tatsächlich so gekommen, wie es kommen musste, auf dem Schulhof draußen oder aus dem Kindergarten, äh, Dings draußen, hat er dann Rache an mir genommen. Nein, was hat er gemacht? Ich kann's dir nicht mehr sagen. Ich weiß nicht mehr, was er gemacht hat. Ich glaube, er hat nichts Schlimmes gemacht, aber er hat mir halt so gedroht, weißt du? Oh, krass. Und das ist ja, als Kind hinterlässt das ja auch Wirkung. Krass, was ging bei dir im Kindergarten schon ab, ey? Also, das war bei mir auf jeden Fall nicht so. Das war nur der eine, der echt böse war. Ich hab, glaube ich, schon wieder kein Recht. Äh, oh, scheiße. Ja, Moment. Ähm, und, ähm, tü-tü-tü-tü. Meine Mama war damals, meine Mama war damals selbstständig. Ja. Und, äh, hatte einen eigenen Laden. Ja. Und, ähm, musste dadurch nicht so früh auf Arbeit. Der Laden hat, glaube ich, immer um neun geöffnet. Mhm. Neun Uhr, so. Und dadurch musste ich halt nicht früh um sieben oder halb sieben im Kindergarten sein, ne? Mhm. So, und dann hab ich meistens zu Hause gefrühstückt. Und, äh, äh, bin dann später in den Kindergarten gegangen. Ich weiß nicht mehr genau, so um acht, halb neun vielleicht, ne? Mhm. Und dadurch konnte ich halt länger schlafen. Zu Hause. Ja. Und dadurch war ich so ein... Ach so. Ich konnte kein... Ich hab ganz, ganz, ganz schlecht Mittagsschlaf machen können. Okay. Und das ging so weit, dass ich quasi immer nicht schlafen konnte. Und die anderen Kinder dann natürlich auch mit abgehalten hab vom Schlafen, weil mir war ja langweilig. Haha, oh nein. Können wir uns richtig vorstellen, der kleine Tino da... Oh, wirklich, ey. Und, äh, die anderen so. Und das ging dann so weit, dass ich in einen extra Raum musste. Oh Gott. Also bei mir im Kindergarten gab's ja noch so ein Schlafsaal, ne? Okay. Da gab's so einen richtigen Schlafsaal, da sind alle Kinder dann rein. Da lagen die Matratzen und da mussten die dann, äh, da haben wir alle geschlafen, so. Äh, heute ist das bei uns so im Kindergarten... Also meine, meine, meine Töchter sind ja in den gleichen Kindergarten, wie ich damals gegangen bin. Oh. Und den haben sie ja dann irgendwann modernisiert und alles. Und jetzt ist es halt so, ja, die haben halt ihre Räume und dann ziehen die ihre Matratzen raus. Ja, so kann ich das auch. Genau, und schlafen in ihrem Raum. Und, ähm, ich musste in einen Raum neben diesem Schlafsaal. Und der Raum hatte eine Fensterscheibe in den Schlafsaal. Ach du Scheiße, das ist ja aber auch selten dämlich. Und dann lage ich dort in diesem Raum, musste ich dort, da konnte ich halt, also da waren ein paar Spielzeuge. Sachen und so weiter. Und ich war halt einfach alleine in diesem Raum. Okay. Während alle anderen geschlafen haben und konnte durch diese Scheibe gucken und konnte die anderen beobachten, wie sie schlafen. Also das ist voll Psychopathen mäßig, finde ich. Also, ich glaube tatsächlich, dass das, ähm, ich glaube, es war alles gar nicht so schlimm, ey. Aber ich habe das bei mir erst ganz schlimm empfunden. Ja, das kann sein. Und dann habe ich natürlich immer an die Scheibe gekloppt und wollte da so meine Freunde wecken, dass sie da so an der Scheibe mit mir Faxen machen. Oh nein, ey. Das kam natürlich auch weniger gut an. Also das war tatsächlich im Kindergarten, ei, 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 das war nicht, nicht, nicht so einfach gewesen. Ach krass, ey. Ne, also ansonsten habe ich an Kindergartenzeit aber eigentlich gute Erinnerungen. Also ich glaube, ich bin immer sehr gerne in den Kindergarten gegangen. Das auch. Also ich habe auch wirklich viele gute Erinnerungen und so weiter. Also das muss man schon sagen. Aber das waren so die zwei, die zwei prägenden Sachen, weißt du, wo man so, ja. Ach ja, nee, das war krass. Und wie war deine, wie war deine Schulzeit? Ähm, oh, ich habe auch nicht mehr so krass viele Erinnerungen. Also ich bin ja in, also bei uns, ich weiß gar nicht, wie ist es bei dir, bis zu welcher Klasse geht bei euch Grundschule? Ähm, ich glaube, die Grundschule war ja mein Wohnort und ich glaube, äh, lass mich gucken. Ich wollte mich kurz überlegen, bis zur sechsten Klasse ging das dort, aber du konntest halt nach der vierten aufs Gymnasium, wenn du wolltest. Okay, weil, das ist ja so lustig, immer wenn ich das irgendwo erzähle, so, ja, sechste Klasse, Grundschule, sind immer alle völlig schockiert, weil man ja im, also ich weiß gar nicht, in welchem Bundesländern das alles so ist, aber zum Beispiel jetzt in NRW, wo ich jetzt lebe, geht man ja nur bis zur vierten Klasse in die Grundschule grundsätzlich. Ja, also ich war, von der ersten bis zur sechsten Klasse war ich in einer Montessuri-Klasse. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Aber Montessuri ist das so ein bisschen selbst, äh, Dingsbums, talala, ne? Genau, also das war quasi, von der ersten bis zur dritten Klasse war ich quasi immer in der gleichen Klasse, ähm, weil es waren immer drei Klassenstufen zusammen in einer Klasse. Ja. So, und wir hatten halt, jeden Tag haben wir zum Beispiel gestartet mit, äh, Wochenplan, also wir hatten immer einen Wochenplan mit den verschiedenen Fächern und mussten halt selbst, also konnten selbstständig entscheiden, wann wir was machen, aber wir mussten halt bis zum Ende der Woche alles erledigt haben. Ja, verstehe. Ich muss sagen, ich fand das extrem cool als Kind, also mir hat das, mir hat das wirklich ganz viel gebracht, so was Selbstständigkeit angeht und so, zum Beispiel auch, da wird extrem viel Wert auf, ähm, Vorträge halten und vor Menschen sprechen und so gelegt. Okay. Und damit hatte ich zum Beispiel mein gesamtes Leben noch nie Probleme, irgendwie, also voll viele haben ja so, ne, Angst, irgendwie Vorträge zu halten oder so. Ja. War für mich auch durch, durch diese Grundschulzeiten nie ein Problem, aber das Schlimme war, dass, ähm, also, es war halt manchmal so ein bisschen speziell, wir hatten zum Beispiel in unseren Klassenräumen Teppich und jedes Kind hatte Hausschuhe. Und wir haben dann halt immer zum Beispiel unsere Hausschuhe halt immer angezogen und so, ne, und bei den anderen Klassen, die haben immer gesagt, wir sind die Behindertenklasse. Oh, was? Ja, die haben uns immer so quasi voll gehänselt quasi dafür, dass wir halt, ähm, ja, dass bei uns das halt so ein bisschen anders war, wie Kinder so sind. Ja, ja, natürlich. Aber ansonsten war meine, war meine Grundschulzeit so, würde ich sagen, eigentlich ganz, ganz schön, ganz nett. Ich glaube, ich war auch in der Grundschule echt noch ein guter Schüler. Ähm, ja, und dann Ober, ich bin ja dann auch in der Schule. Ich bin dann aufs Gymnasium gegangen. Das Ding ist, ich habe genau wieder den gleichen Fehler gemacht und bin wieder in die Außenseiterklasse gegangen, weil ich habe Latein als Fremdsprache gewählt. Okay, ich dachte, ist das nicht auf dem Gymnasium? Hast du nicht so oder so Latein, dachte ich? Nee, mhm, mhm, mhm. Du kannst ganz normal, also, also, Pflichtfach ist ja Englisch als erste Fremdsprache. Ja, klar. Und dann kannst du ja eine zweite Fremdsprache wählen. Und dann ist es auch unterschiedlich, was die Schule halt anbietet, also wahrscheinlich, für was sie halt Lehrkräfte hat. Und unsere Schule hatte tatsächlich, in dem Jahr, in dem ich da auf die Schule kam, nur Spanisch und Latein als Angebot. Ah, okay. Und ich, damals habe ich noch gedacht, ähm, ich bin auch, ich gehöre gut in meine Familie und bin auch so ein gebildeter Mensch und so. Und da hat mein Vater damals zu mir gesagt, ja, wenn du Latein machst, ist das eine richtig gute Grundlage für alle anderen Sprachen. Und es wird dir dann total leicht fallen, zukünftig andere Fremdsprachen, äh, zu, zu lernen. Und, ähm, ja, deswegen habe ich dann gedacht, so, cool, ich lerne Latein, weil dann ist es easy peasy, wenn ich danach noch, weiß ich, wie viele Sprachen lernen möchte. Ähm, war nicht so. Also, hochmotiviert, hochmotiviert. Ich war hochmotiviert, ja. Ähm, ja, Latein, ehrlich gesagt, einfach useless. Also, dumm, dass ich das gewählt habe. Aber, ja. Ich glaube, Latein wäre tatsächlich nur so interessant, wenn man so in die Ärzte-Richtung geht, oder? Ja. Weil dann ist es ja, dann ist ja, ohne Latein geht es ja gar nicht. Ja, obwohl ich auch glaube, dass das da jetzt nicht unbedingt, ähm, Voraussetzung ist, dass du irgendwie Latein hattest, oder sowas, äh. Ja. Also, unsere Große, äh, die kommt jetzt, ist jetzt die dritte Klasse gekommen. Äh, bei der geht es jetzt auch bald los mit der zweiten Fremdsprache, Spanisch. Echt? In der dritten Klasse? Also, ich, ist es schon in der dritten oder in der vierten? Dritte oder vierte? Okay, krass. Ja. Ich hatte nur immer Englisch. Also, bis zur sechsten, ja. Ich kann mich da auch nicht dran erinnern, aber, äh, es ist ja so eine Privatschule. Okay. Und, äh, die, äh, da geht es richtig ab. Also, da wird richtig, da geht es, ja. Aber ist doch cool. Also, finde ich richtig gut. Ich finde das krass. Also, ihr macht, also, man merkt auch so Englisch, diese Fremdsprache. Also, ne, für ein Kind, sieben, acht Jahre alt, ist das ja wirklich erstmal, äh, krass Fremdsprache. Ja. Äh, ihr macht das auch richtig Spaß. Also, ich fange dann an, auch so die Lieder, äh, die singen ja viel Lieder und so weiter Englisch. Ja. Ähm, da auch nachzusingen und das macht sie auch echt gut und, und manchmal Marmbrotstisch sagt sie halt so, hey, Papa, sag mir mal was auf Englisch, ne, äh, das Wort, das Wort, das Wort und so weiter und ist da auch sehr interessiert dran. Also, finde ich klasse. Okay, ja, das ist wirklich cool. Ich muss halt dazu sagen, ich bin halt einfach zu lange aus der Schule raus und, ähm, mein Englisch ist einfach schlecht. Mhm. Ich kann mich mit Händen und Füßen verständigen und so weiter, aber leider, äh, dieses fließend Englisch sprechen und sich fließend auf Englisch unterhalten, ist leider nicht. Ja, fühle ich, ist bei mir ähnlich. Und das ist halt so echt ein Problem und ich muss sagen, ich finde das, ich hab zum Beispiel auf der Farmcom DJ Goham getroffen. Ja. Und der ist so ein geiler Typ und der ist so witzig und, und so nett und freundlich, der kommt immer direkt zu einem an und begrüßt einen so herzlich und so weiter. Aber, ich würd mich so gerne richtig krass mit ihm unterhalten, aber ich kann's einfach nicht. Ja. Und das, äh, äh, dann hab ich immer das Gefühl, oh, hoffentlich denkt er nicht, dass ich unhöflich bin, ne, dass ich keinen Bock hab, mich mit dem zu unterhalten oder so. Ah, das glaub ich aber nicht. Also, ich, ich glaube, es ist auf jeden Fall noch was anderes, weil er ist ja nach Deutschland gekommen, sozusagen. Also, ihm war ja klar, dass er, in Anführungsstrichen, der Außenseiter sein wird, was die Sprache angeht, so. Ja, 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 ja. Ähm, also, das glaub ich dann eher nicht, dass sie das denken. Ist halt nur eher so, also, ich zum Beispiel hab, ich schäme mich quasi dann oft für mein Englisch oder so, wenn ich halt in einem englischsprachigen Land bin. Ja. Wenn ich mir denke, ich spreche jetzt, also, ich maße mir an, deren Muttersprache zu sprechen und bin scheiße darin. Das ist mir dann immer unangenehm. Ja, gut, aber, äh, naja, du bist ja dort Ausländer und mein Gott, äh. Auf der anderen Seite ist ja, wenn uns jemand in Deutschland versucht, auf Deutsch anzusprechen, also, ich zum Beispiel, ich freu mich darüber, wenn jemand dann versucht, Deutsch zu sprechen, auch wenn es nicht perfekt ist. Ich meine, Deutsch ist natürlich auch eine furchtbare Sprache zum Lernen, ganz schlimm. Absolut. Absolut. Äh, hallo! Boi, ja, Moin! Vorwarnung! Vorwarnung, äh, ich muss ein bisschen hier. Äh, du bist irgendwie, also, das sieht immer noch nicht normal aus. Huch! Ich nicht. Also, dein Arm steckt bei mir einfach im Boden fest. Ich kann aber auch, ich sehe hier aber auch nichts. Hilfe, ich, äh. Echt nicht? Äh. Ah, jetzt, naja, ah, es sieht nicht gesund aus, dein Arm. Also, bei mir ist der ein bisschen, bei mir ist, äh, bei mir hängt der, äh, nee, ja, jetzt ist wieder gut. Ah, super. Eieiei. Herrlich, einfach nur herrlich. Ja, das ist halt so das Ding, aber ansonsten, naja, meine Schulzeit, also, meine Grundschulzeit war sehr schön. Die habe ich sehr genossen, äh, die war wirklich toll. Wir haben aber bei uns auch im Dorf so eine, naja, so ein kleines Schloss. Mhm. Und da ist die Grundschule drin. Oh, wie geil. Ja, richtig gut. Und das haben die auch jetzt noch einmal komplett saniert, aber das war damals schon echt geil. Und das ist wirklich eine sehr, 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 sehr schöne Grundschule. Es waren wirklich sehr nette Lehrer. Äh, da kann ich mich auch noch an Positives erinnern. Und, ähm, Schulgarten habe ich geliebt. Aha. Weil ich die Lehrerin geliebt habe. Die war so, das war, weißt du, das war so eine, naja, ich will das jetzt nicht so, aber das war so eine, so eine, naja, etwas fülligere Frau. Ja. Total lieb und nett und, 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 äh, total mit Kindern und so weiter und die hatten, ähm, ich kann das nicht sagen, Sophie. Fuck es. Die hattest du eine große Oberweide. Ja. Also, äh, muss ich aber auch dazu sagen, was mir halt als, äh, erste bis vierte Klasse als groß vorgekommen ist, ne? Ja. Und immer wenn die, immer wenn wir im Schulgarten da irgendwas gemacht haben und so und gut waren, die war so stolz auf uns, da hat die uns immer genommen und hat uns da reingekuschelt. Und hat uns gedrückt und hat so, ach, das hast du toll gemacht, komm mal her, lass dich mal drücken. Und dann hat sie dich da so reingemummelt in ihre große Oberweide. Oh nein. Und ich fand das immer, ich hab immer gedacht, ach ja. Ach ja, ist nett hier. Ist eigentlich ganz nett hier. Nein. Doch. Ah, ja, gut. Ja, äh, das war auch so ein Ding. Ähm, los, Sophie, gerade Action, yeah. Du bist in dem einen, du bist in dem anderen, ne? In dem Mobilkran. Wo ist denn mein... Ah, wir müssen auch eine Drehscheibe holen, sich gerade. Holzelemente. Paket, Drehscheiben, Elemente. Kannst du mal dieses, dieses Dings hier runter tun? Diese, diese, diese... Holzdinger? Äh, äh... Ist das Holz? Die Wände da, genau. Weil dann kann ich mal gucken, äh, wo ist denn hier Holzhandel? Gibt's hier einen Holzhandel? Ist das... Ach so, Holzelemente. Hm. Holzelemente, wo gibt's denn die... Oder bei der Wandfabrik da? Könnte auch sein. Fertigwandfabrik? Vielleicht. Aber sicher, dass das Ding nicht wieder schon hier irgendwo steht? Ach so, ja. Beim letzten... Steht das Ding da irgendwo? Oh, nein! Was passiert? Die, die Wände sind durch den Boden gefallen. Äh, warte, warte, warte. Ich glaube, dafür gibt's was. Äh, gibt's nicht irgendwo... Kann man sich die irgendwo anzeigen lassen? Äh, Sachen? In der Welt, glaube ich, ja. In der Welt, ja. Aber ich weiß, wo war denn das? In der Welt... Transportrahmen. Oh, nein. Mist. Die sind einfach durch den Boden durchgefallen. Ja, das ist leider nix Neues. Äh, Firma Waren. Kann ja nur bei Waren sein. Ja, und dann eigentlich irgendwie im Lager und in der Welt. Ach, hier in... Welt wird nicht angezeigt. Scheiße. Ähm... Dann können wir nur hoffen, dass sie vielleicht beim Neuladen wieder da sind. Ja. Oh, Mann. Wenn nicht, überspringen wir den Bauabschnitt. Das wäre auch noch möglich. Okay. So, ja, genau. Also, das war so ein bringendes Erlebnis, muss ich sagen. Hat dich dazu gebracht, auf ewig große Oberweiten zu mögen. Nein, das jetzt nicht. Das jetzt nicht. Aber, aber, ähm... Nö, also, das war... Keine Ahnung. Ich kann mich irgendwie da... Ich kann mich einfach daran erinnern, ich weiß nicht warum. Aber, das war irgendwie... Ja. Was... Und ansonsten, also, muss ich ehrlich sagen, dann... Ich bin ja nach der... Ich bin ja in der fünften Klasse auch aufs Gymnasium gegangen. Mhm. Äh, Anzahl der Pakete, Pakete 2. Ja, Paket laden. Paket laden. Jetzt weiß ich nicht, was er aufgeladen hat. Wahrscheinlich noch zweimal Fertigelemente, oder? Ja. Tatsächlich. So ein Mist. Ähm... Genau. Äh, ansonsten, ja, meine... Meine... Gymnasiumszeit, muss ich ganz ehrlich sagen... Boah, ich weiß nicht. Also, da... Da kam bei mir... Das war so ein richtiger Hänger bei mir. Leistungstechnisch jetzt? Ja, ja. Ich war immer sehr, sehr gut gewesen. Ich hatte eigentlich in der Grundschule alles Einzel. Ja. Ne, und hatte halt auch wirklich so dieses... Dieses, äh... Ja, perfekte Voraussetzung fürs Gymnasium. Mhm. Wo bin ich jetzt drin? Ach so, da. Ähm... Aber... Äh... Danach war... War der absolute Hänger. Danach ging's... Ging's bergab. Aber es ging... Was auch bergab ging, war absolut meine, äh... Motivation. Okay. Und das muss an der Schule gelegen haben. Meinst du echt, ja? Also, dass du nicht quasi gut gefördert wurdest? Naja, ich... Ich... Also, ich hab einfach... Äh... Ich hab... Weiß nicht. Ich hab auf die Schule keine Lust gehabt. Ich bin in der... Ich kann mich da noch dran erinnern. Ich bin in der Pause... Ähm... Zig mal nach draußen gegangen. Äh, nicht in der Pause. Nee, Quatsch. In der... In der Stunde... Hab ich zig mal gefragt, ob ich, äh... Aufs Klo kann. Äh, äh... Dass sogar dann meine Eltern irgendwann, äh... Da noch, äh... Ja, darüber informiert wurden. Oh Gott. Weil ich jetzt ständig gesagt hab, dass ich aufs Klo möchte. Okay. Weil du einfach keinen Bock auf den Unterricht hattest? Ich hatte einfach keinen Bock auf den Unterricht. Oh, okay. Das war echt... Das war echt schlimm. Und das hat mich alles so gelangweilt und war alles so, äh... Ja, weiß ich nicht. Hm. Boah, ich krieg das nicht abgehangen hier. Ich weiß nicht, was los ist gerade. Ich bin gerade... Ich bin gerade nicht multitaskingfähig. Ja, verstehe ich schon. Ja, also ich, äh... Was muss ich eigentlich hier machen? Ach so, Leitung legen. Krieg das hier nicht abgehangen. Wäre blöde. Ich, also, ich... Bei mir war das immer irgendwie so gleichbleibend, sag ich mal. Also ich war irgendwie immer nie absolut motiviert, aber auch nie absolut unmotiviert. Ich bin halt so jemand, und das ist bis heute so, ich hasse es halt zu lernen. Zu Hause, für mich selber. Ja, ja, ja. Finde ich einfach kacke. Und das hab ich halt nicht gemacht. Also bei mir war das quasi immer so, das, was ich halt im Unterricht gelernt habe, hab ich im Unterricht gelernt. Und das konnte ich auch. Aber das, was ich halt im Unterricht nicht gelernt habe, das konnte ich nicht. Weil ich hab's mir auch zu Hause dann nicht nochmal irgendwie angeguckt. Warst du echt so jemand, der einfach nur sich die Sachen vorher angeschaut hat, und das war's? Bei der Prüfung oder so? Also kommt drauf an. Aber so, also, es lief immer am besten, wenn ich es direkt im Unterricht verstanden habe, sag ich mal so. Ich hab zum Beispiel für mein Abitur, ähm, ich hatte Abiturprüfungen unter anderem in Mathe schriftlich und in Geschichte mündlich. Und ich hab für diese beiden Prüfungen enorm viel gelernt. Also wirklich, meine Stiefmutter ist ja auch Mathelehrerin. Ich hab mich mit der stundenlang hingesetzt und geübt und bin alles mit ihr durchgegangen. Ich hab mich wirklich tagelang zu Hause hingesetzt und hab für meine Geschichtsprüfung gelernt. Und ich bin durch beide Prüfungen durchgefallen. Echt? Ja. Und, äh, also, und das war wirklich, also das war wirklich auch wirklich schlimm. Und ich glaube, dadurch hat sich bei mir auch echt so ein bisschen, also, ich bin sehr gut im, sowas wie Vorträge halten, vor Menschen sprechen. Wenn ich mich in dem, was ich sage, sicher fühle, ist das für mich kein Problem. Aber, so, mündliche Prüfungssituationen, also Live-Prüfungssituationen, das ist für mich Horror. Ich habe da wirklich richtig Angst. Also, ich heule da wirklich. Ich, das, ich weiß nicht, nach meiner, nach meiner mündlichen Abiturprüfung Geschichte, ich stand irgendwann einfach nur noch vor diesen Prüfern. Ich hatte auch fünf männliche Prüfer, die alle vor mir saßen. Ja. Und irgendwann haben die mir Fragen gestellt, weißt du, und so Fragen, die waren wirklich nicht schwer. Die haben mich zum Beispiel gefragt, warum heißt der Kalte Krieg Kalter Krieg? Und ich saß einfach nur da und ich so, ich weiß es nicht. So, ich habe einfach nur noch zu allem gesagt, ich weiß es nicht. Und ich bin heulend aus diesem Raum raus, weil ich einfach die Situation nicht mehr ertragen habe. Und das hat bei mir so krass irgendwas ausgelöst innerlich. Ich habe zum Beispiel auch in meiner, ähm, ich bin ja gelernte Bankkauffrau und da musst du halt auch eine mündliche Prüfung machen. und als ich diese Prüfung hatte, ich saß, also du hast, du kriegst halt, du sitzt in so einem Raum, kannst dich eine halbe Stunde lang vorbereiten und kriegst halt irgendwie, ich glaube, drei Themen oder sowas, aus denen du dir halt eins raussuchen kannst, wo du dich drauf vorbereiten kannst. Und ich saß da und habe mich vorbereitet und ich war völlig über, also ich hatte so Schiss davor. Dann kam irgendwann meine Prüferin rein und guckt mich an und sagt, ja, ähm, Frau Klein, ich würde sie dann jetzt mitnehmen und ich gucke sie an in dem Moment und ich breche so in Tränen aus und sie sagt dann so, ja, okay, nee, ich sehe schon, ich gehe nochmal eine Runde und hole mir einen Kaffee, weil ich so fertig war. Also das ist ganz schlimm, ganz, ganz schlimm für mich. Krass, aber das ist wirklich krass. Also das muss man schon sagen. Naja. Aber das stelle ich mir auch schlimm vor, ne? Aber zum Glück habe ich sowas ja jetzt auch nicht mehr. Aber das ist ja echt, dann bist du dann, ich finde, dann ist man auch so richtig, so in der verzweifelten Situation ja auch, ne? Total, absolut. Und ich bin dann halt auch so jemand, da muss ich auch gestehen, ich bin dann auch jemand, ich gebe dann auch auf. Also ich bin eigentlich ein sehr zielstrebiger Mensch und gebe eigentlich nicht auf, aber wenn ich halt auch das Gefühl habe, so ich weiß es nicht und ich müsste mir jetzt, also manche können ja dann anfangen, sich irgendwas aus den Fingern zu saugen und irgendwie noch versuchen, so ein, zwei Punkte mitzunehmen. Aber das kann ich nicht. Wenn ich es nicht weiß, dann weiß ich es einfach nicht. Und dann sage ich das auch, weil ich aus dieser Situation rauskommen möchte, weil ich sie so furchtbar finde. Da kriegst du auch nichts aus den Fingern gesaugt? Ne, mh-mh. Also kommt so ein bisschen aufs Thema drauf an. Also, ne? Zum Beispiel, ich liebe ja Deutsch. Also ich liebe auch die deutsche Sprache und ich hatte auch Deutschleistungskurs in der Schule und so und das fand ich super. Und wenn du da jetzt irgendeinen Text interpretieren sollst oder so, gut, da kannst du dir immer irgendwas aus den Fingern saugen. Aber was soll ich mir bei Geschichte und irgendwelchen historischen Ereignissen, was soll ich mir da aus den Fingern saugen? Wenn ich es nicht weiß, dann weiß ich es nicht so. Na gut, also geschichtstechnisch, also das ist wirklich, das ist wirklich schwer, muss man sagen. Ja. Das ist wirklich schwer. Also ich habe auch, also zum Beispiel Mathe war auch immer so mein Endgegner. Ich habe auch in meiner Schulzeit tatsächlich leere Mathe-Prüfungen abgegeben und so. Oh, wow, echt? Ja, ja, ich habe wirklich fünf Minuten mir alles durchgelesen, habe gemerkt, so kann ich nicht und habe abgegeben. Weil, ja, ich bin dann auch niemand, der sich da irgendwie dann fünf Stunden davor sitzt und irgendwie versucht, da was zu machen, weil ich mir denke, ob ich jetzt ein oder zwei Punkte kriege, erinnert mich daran, dass ich durchgefallen bin. Ja, gut, das stimmt schon, ja. Also ich muss dazu sagen, in Mathe-Prüfungen, also ich habe mit ein paar Sachen echt Probleme gehabt in Mathe. Ich habe das halt so immer nach einem bestimmten System gemacht. Also ich habe immer, ich habe die gesamte Prüfung durchgeblättert, habe mir angeschaut, was ich weiß. Und diese Aufgaben habe ich zuerst gemacht. Weißt du wie? Also sozusagen alles, wo ich wusste, ah, alles klar, das kannst du, das kannst du, das kannst du. Ja. Oh mein Gott. Wir haben jetzt hier dieses Geländer liegen und ich kann das nicht aufladen. Wie, du kannst das nicht aufladen? Irgendwas an den Stahlhandel kommen? Mit was denn? Was brauchen wir denn zum Aufladen? Ähm. Kran? Na, oder den LKW mit dem Dings. Ja, weißt du, mit dem Arm. Mit dem Arm, ja. Ja, und dann bin ich das durchgegangen und dann habe ich das die Aufgabe und die Aufgabe und die Aufgabe gemacht und das hat mir geholfen, weil damit bin ich auch immer ruhiger geworden. Weißt du wie? Mhm, ja, verstehe. Aber was denn diese Aufregung, wenn du den Bogen aufklappst, die war dann erstmal weg, wenn du da schon eine Stunde am Arbeiten warst und dann hast du gewusst, alles klar, das hast du jetzt schon. Und dann zum Schluss habe ich mir die echt richtig schweren, kniffligen Sachen angeguckt und habe dann so ganz rational versucht, äh, okay, so und so und selbst wenn ich es nicht konnte, äh, versucht ein paar Lösungswege hinzuschreiben oder wenigstens ein paar Punkte zu haschen und das hat echt gut funktioniert. Also ich bin in Mathe immer so mit einer, in den Prüfungen immer so mit einer 2 rausgekommen. Okay, krass. Ja, also das war, das war eigentlich echt, echt ganz cool. Ne, warte mal, du musst daneben stellen. Wie, wie willst du, wo neben? Äh, du kannst nicht über den LKW mit dem Arm. Ach, kann ich nicht? Ah. Ich glaube nicht. Ähm, und, äh, das war, also das war krass. Und, naja, wie gesagt, auf dem Gymnasium dann, das war meine echte, äh, Trauerzeit. Also das war eine Katastrophe. Deswegen bin ich ja dann, äh, habe ich ja dann normal mittlere Reife gemacht, ne, weil es einfach nichts gebracht hat. Und, äh, hab dann, naja, und hab dann später nochmal Wirtschaftsabitur gemacht. Ja, okay. Juli, aber wir sind auch erstmal durch, meine Lieben. Ja, stimmt. In diesem Sinne, wir verladen jetzt hier mal noch, äh, die, die Drehscheibe und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Lass das Däumen wieder, schreib die Kommentare, schaut bei mir so viel vorbei, alles in der Videobeschreibung. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, ob du gerne zur Schule gegangen bist, beziehungsweise gehst. Das würde mich super interessieren. Außerdem kannst du gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn dir das Video gefallen hat. Und denk natürlich auch an das kostenlose Abo auf meinem Kanal, falls du es noch nicht gemacht hast. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten YouTube-Video wieder. Bis zum nächsten Mal.